Es gibt eine Internet-TV, sprich Fernsehsendung, die heißt Talktour. Ich sage es noch einmal, Internet-TV-Sendung Talktour. Die wird von einem ganz interessanten Mann moderiert. Sieht aus ein bisschen wie Nikolaus, so nennen wir ihn auch immer. Das ist ein guter Bekannter von mir und deswegen fühle ich mich veranlasst, auch mal das in die Kamera zu sagen. Ihr solltet euch diese Internet-TV-Sendung Talktour vielleicht mal anschauen. Der Name von unserem Nikolaus, er hat nämlich so weiße Haare, dass man wirklich denkt, mit der roten Pellerine noch drum, dann ist das wirklich der Nikolaus. Dieser Mann heißt Fred Weidler. Macht das sehr, sehr gut. Ich habe mir schon mal ein paar Sendungen angeguckt. Also schaut mal rein. Internet-TV-Sendung Talktour. In dem Sinne, euer Jürgen Dreefs.